Tag 4 Liebes Tagebuch Ich bin so allein Heinzi hat mir heute ins Ohr gehackt und ist dann abgehauen. Mein Kuppenspieler hat sich eingeschlossen und antwortet nicht mehr. Es ist so still und du sagst auch nichts. Das wird wohl mein letzter Eintrag. Ich lebe wohl Das kann doch nicht wahr. Ich komme Bis morgen